Das Endspiel lautet jetzt der Verlangenwasser gegen DSV Fischbach und bei den Damen ist das Endspiel dann die Post-SV gegen Lüthof. Das schaut jetzt so aus, wir spielen dann auf zwei Platten, also auf zwei Boxen und machen um 12 Uhr weiter, also eine halbe Stunde Pause, ist das okay? Okay, dann machen wir drei Platten weiter, wir schieben die Platten zusammen und dann schreibe ich die Bögen wieder vor und dann machen wir weiter.